Ich habe mich jetzt auch unterhalten mit Ueli Hoeneß und ich weiß auch von Karl-Heinz Rummenigge, dass ich auch die Entscheidung bin, nicht nur von Max und Christoph, aber auch von Karl-Heinz und von Ueli und diesen Leuten im Verein. Aber für mich ist es jetzt nicht so wichtig, dass jetzt alle überzeugt seien vorher. Ich will die auch überzogen auf den Platz mit der Mannschaft, mit meiner Arbeit, mit was ich mache. Und deswegen ist es gut für mich, dass sie am Anfang positiv sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass sie auch mit meiner Arbeit ganz zufrieden sein werden. Ich habe Ihnen gesagt, es ist noch nicht perfekt.